Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal um die 14 Fortnite-Sommertage gehen und einige Herausforderungen, die wir dann sozusagen mit diesen 14 Tagen in Fortnite bekommen werden. Viele von euch können die Herausforderungen nicht selber lösen und brauchen ein bisschen Hilfe und dafür bin ich hier am Start natürlich. Ich versuche euch natürlich zu helfen, auch wenn die einen oder anderen von euch natürlich schon die Lösung wissen, möchte ich den Leuten helfen, die es nicht wissen und diese Hilfe noch brauchen. Deswegen fallen wir auch schon direkt mit der ersten Herausforderung an oder zumindest mit der zweiten Herausforderung. Und zwar sollen wir in verschiedenen Matches diesen riesen, riesen Ball, den wir in Fortnite bekommen haben, bewegen oder berühren oder mit dem Spielen, keine Ahnung wie man das nennen möchte und das machen wir einfach mal. Die Herausforderung heißt nämlich Bounce a Giant Ball in Different Matches oder Giant Beach Ball. Also einen großen Strandball sollen wir auf jeden Fall bouncen, sozusagen ein bisschen berühren und dass er fliegt und ein bisschen bounce und sonst was und das machen wir einfach mal. Denn ich zeige euch mal direkt, wo dieser erste Ball ist. Der befindet sich nämlich hier in der Nähe von Paradise Palms, genau unter dieser Himmelsplattform. Dort befindet sich der und Leute, ich merke selber, dass ich in letzter Zeit so übelste Sprachfehler habe. Keine Ahnung, was mit mir passiert. Auf jeden Fall ist hier einer dieser Bälle, die müsst ihr einfach nur hier einmal anstupsen, damit sie ein bisschen fliegen und bouncen und dann habt ihr den ersten Ball schon abgeschlossen. Den nächsten zeige ich euch auch mal direkt. Der ist gar nicht mal so weit weg, muss ich sagen. Ist ganz in der Nähe und den zeige ich euch natürlich auch nochmal. Die sind ganz, ganz gut aufgeteilt, muss ich sagen. Also die Bälle sind nicht alle auf dem selben Fleck, aber auch nicht allzu weit weg. Also sollte es eine Herausforderung sein, die man ganz gut meistern kann. Das mache ich mir jetzt einfach mal und ich würde sagen, ich merke mich direkt, wenn ich wieder bei dem nächsten Ball bin, ohne jetzt euch eure Zeit zu stehlen. Der nächste Ball befindet sich in der Nähe von Dusty Divo und zwar genau wieder unter dieser Himmelsplattform. Die sehen wir auch schon hier vor uns oder zumindest den Ball. Hier ist die Himmelsplattform. Da haben wir dann direkt den Ball und da müssen wir auch nochmal einfach wieder gegenstoßen und den wegbouncen. Somit haben wir auch schon den zweiten Ball und das natürlich in verschiedenen Runden. Das Ganze sollen wir nicht in einer Runde machen, sondern in verschiedenen Runden und das Ganze sollen wir fünfmal machen. Trotzdem sehr meisterbar, also auf jeden Fall keine Herausforderung, die nicht machbar ist für euch. Da glaube ich auf jeden Fall fest an euch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diese Herausforderung ganz, ganz schnell meistern könnt. Und dann zeige ich euch mal direkt den dritten Spot, wo sich dieser Ball befindet. Und den dritten Ball haben wir dann auch schon direkt gefunden. Wie gesagt, mit diesen Röhren kann man auch richtig schnell von Ball zu Ball. Hier ist der dritte, hier unter dem Block. Hier ist tatsächlich keine Himmelsplattform. Keine Ahnung, warum ein einziger Ball nicht unter der Himmelsplattform ist, aber trotzdem sehr, sehr einfach zu meistern und hier sind die drei Spots. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr das schon wusste, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch das schon wussten. Also wie gesagt, wenn ihr einer von denen seid, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen und ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber nur, wenn ihr den Creator-Code eingegeben habt, Meta-8, ist auch komplett kostenlos.